Hallo und Herzlich Willkommen zu einem Parmarama Video. Heute geht es um ein Projekt und zwar das Murmeltier Projekt. Auf Parmarama-Fans, also die Seite Parmarama-Fans unterstützt das Projekt Murmeltier. Er hat auf YouTube ein Murmeltier gesehen und er fand es so süß, dass er es mit eurer Hilfe ins Spiel bringen möchte. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt daraus. Wenn das nicht süß ist, weiß ich auch nicht. Und nur mit eurer Hilfe kommt vielleicht wirklich das Murmeltier als Item ins Spiel. Und zwar, wenn ihr das unterstützen möchtet und auch ein Murmeltier auf der Farm haben wollt, müsst ihr hier auf www.parmarama-fans.de gehen. Nach unten gehen hier, seht ihr, er öffnet Murmeltieren. Wenn ihr hier auf ein Bild drauf geht, dann öffnet sich hier diese Seite und dann könnt ihr euch hier nochmal das Video angucken. Wenn ihr Facebook habt, dann könnt ihr hier auf Gefällt mir klicken und hier den Link da möglichst viel uns schicken, damit das viele das sehen und das auch unterstützen. Und ja, und hier steht halt jede Menge, da seit mehr als 1,4 Jahren gibt es ein Farmerama und da es kein Murmeltier gibt. Und hier sind halt die Gründe, warum es ein Murmeltier bei Farmerama geben sollte. Und der Enkel hat das Murmeltier rüdiger genannt. Deswegen nennen wir das auch halt mal so. Und hier steht, weshalb gibt es noch kein Murmeltier auf der Farm? Ähm, das könnt ihr euch selber durchlesen, das lese ich jetzt nicht durch, weil das, was da steht, ist jetzt für manche Tierfreunde nicht so schön. Ähm, ja, zum Beispiel, ähm, die vom Bigpoint schreiben. Und daher gibt es bei uns mindestens einmal ein welches frisches Murmeltier. Ob das jetzt stimmt oder ein Scherz ist, keine Ahnung. Und hier unterstützt uns ein Kampf für ein Murmeltier im Farmerama. Ja, hier steht drin, ähm, wie ihr das unterstützen könnt, ähm, ähm, auch wenn ihr selber Farmerama-Fansseiten habt, dann könnt ihr das auch da posten mit einem Link und so. Oder wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, so wie ich, könnt ihr euch, äh, das in dem Video sagen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier an nflave-at-gmx.de schreiben. Also ihr braucht einfach nur den Enkel schreiben, dass ihr das, ähm, ähm, ein Video dazu gemacht habt, dann den Link da posten. Und dann steht er hier in der Liste bei Unterstützer. Und wie gesagt, wenn ihr hier das frische Murmeltier auch bei Farmerama haben wollt, müsst ihr ganz nach unten gehen. Ihr seht schon 829 Kommentare, da müssen aber noch mehr werden. Und zwar müsst ihr hier, trage dich in die Petition für Rüdiger ein, Username. Hier müsst ihr euer Farmerama-Username eingeben. Der wird hier angezeigt. Und hier unten kommt eure ID. Die steht hier, hier unten, im Spielfeld. Ähm, ja, die wird nicht veröffentlicht. Und dann sagt uns, du haben Rüdiger ein Spiel muss. Dann müsst ihr hier schreiben, warum ihr den im Spiel haben wollt. Zum Beispiel, die kissy38 schreiben. Er ist so süß und muss unbedingt her. Der passt auch sehr gut zu uns auf die Farmer, schreibt er. Und ihr müsst halt schreiben, warum ihr den im Spiel haben wollt. Und dann auf, ja, ich will Rüdiger. Und wenn es halt viele Kommentare sind und so, kommt vielleicht das süße Murmeltier Rüdiger auch bald bei Farmerama ins Spiel. Ja. Und hier stehen auch mehrere Seiten. Ähm, alle das Projekt unterstützen. Außerdem unterstützen das auch hier. Äh, polnische und schwedische Fanseiten. Ähm. Und hier seht ihr eine, äh, schwedische Fanseite. Die heißt, samramaniac.somin.se. Und hier seht ihr direkt. Und das ist, ähm, das ist, ähm, vom Murmeltier Projekt, ähm. Schreiben. Da sucht die Seite, ähm, wo das steht. Denn wir machen mit, das süße Murmeltier Rüdiger ein Spiel zu tun. Das reicht schon. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach hier. An n-at-gmx.de schreiben. Und schon erscheint ihr hier in der Liste. Ja. Ich finde das Projekt einfach gut. Rüdiger sieht einfach süß aus. Und vielleicht kommt bald mit eurer Hilfe das Murmeltier namens Rüdiger wirklich ins Spiel. Also drückt alle auf gefällt mir, schreibt unten einen Kommentar, verbreitet den Link. Erwindet auf eure YouTube-Kanäle, macht irgendetwas, damit wir hier mehr Kommentare, mehr Gefällt mir bekommen. Und dann kommt bald wirklich das, äh, Murmeltier entweder als Item oder als, äh, Stall raus. Das weiß ich noch nicht genau. Ja. Das war's auch schon mit meinem Video zum Murmeltier-Projekt. Vielleicht werden's ja ein paar mehr Gesetme-Angaben. Und sobald es was Neues gibt, ob das ins Spiel kommt und wann. Deswegen fahrt ihr natürlich bei mir. Ja. Ich würde mal sagen, bis später mal. Tschüss. 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 Tschüss.